Die Welt der Neuerscheinungen. Und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine sehnlosen Freistückchen. Der endgültige Plan von meinem Leben präsentiere ich euch heute. Ich habe nämlich vor, definitiv dieses Format weiterzuführen, weil das unglaublich viel Spaß macht und ich schon so eine kleine Psychose dadurch habe, dass ich manchmal überlege, vielleicht auch einfach selber so ein Spiel zu entwickeln, um zu zeigen, wie einfach man Schrott produzieren kann. Genau wie manche Witze in meinem Chat auf twitch.tv slash hersehenlos. Lange Rede, gar kein Sinn, Solo spielen, reingeht's, wählen Sie ein Archiv, ich habe keins, geben Sie einen Namen ein, Hilfe, erstelle ein neues Archiv. So, möchten Sie ein Tutorial Anfänger starten? Ja, bitte. Willkommen zu diesem Spiel. Das Ziel des Spiels ist nur eines, so viel wie möglich zu überleben, während man jeden Tag die Missionsmetriken erfüllt. Der erste Tag kann kostenlos erkundet werden und es wird keine Quests geben. Folgen Sie ohne weiteres dem Reiseführer zu Ihrem Zielort, um Ihren ersten Erkundungstag zu beginnen. Okay. Hier kannst du eine passende Karte aussuchen, um ins Spiel zu kommen. Verlassene Stadt. Du musst sie am Leben halten, während du so viele Vorräte wie möglich suchst. Die heutigen Metriken können über das Aufgabenfenster in der oberen rechten Ecke abgerufen werden. Da bin ich leider vor mit der Cam und diesmal stelle ich sie nicht um, denn wofür auch? Ich werde es ja nie wieder spielen, dieses Game. Und das nicht abschließende Aufgabe für zum Scheitern der Aufgabe. Wirklich. Wenn Sie evakuieren müssen, können Sie M drücken, um die Karte zu öffnen und Evakuierungspresse ist wie ein Extraction-Shotter, meine Damen und Herren. Okay, ich habe eine Knarre. Geil, geil, geil. Ich lade nach. 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 Wichtige... Wichtige Ansagen. Dolchangriff. Überprüfen Sie die Waffe. Okay, so kacke... Also... Ne? Schon schlechteres gesehen. Aber was soll ich machen? Reichen Sie Artikel rein, die mindestens weiß sind. Führen Sie... Was? Warte, 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 was? Führen Sie Ihren Such durch? Was? Okay, okay. Gibt es hier Monster oder sowas? Mausgeschwindigkeit auch einfach so hoch wie meine Ambitionen... Brot zu lernen. Der Preis geht auch einfach raus. Ist ja der Hammer. Ups. Ich habe eine wichtige Ansage an euch. Führen Sie Ihre Suche durch. Jawohl. Ei, ei. Boah, Junge. Ein zerbrochene Schwert. Das ist ja der Shit. Das ist ja der Shit, Alter. Eine elektronische Waage. Geil. Gegner. Let's go. Morgen. Oh, ich sage euch ehrlich. Das Schießen fühlt sich mal gar nicht so kacke an. Hä? Hä? What? Führen Sie die Suche durch? Jawohl. Okay, das wird so das Spiel wahrscheinlich sein. Hey, hey, hey. Friendly. Deutschattacke. Deutschattacke. Okay, mach das wieder zu. Das ist noch ein bisschen komisch. Äh. Wir haben ganz schön viel. Wir machen das jetzt mal eben. Ich werde angegriffen. Das tut ziemlich weh. Schön, dass meine Community auch hier ist. So, wir hauen ab. Habe ich noch eine andere Waffe oder so? Nein. Ich habe nur diese Pistol, aber ich bin bereit für Pistol Runs. Denn Pistol Runs bringen deinen Schwallows zum Stoppen. Kann mich einer erschießen? Bitte hören Sie auf, mit Ihrem Stachel nach mir zu stechen. Das könnte sonst in, äh, wirklich... Das könnte sonst ein Problem werden. Und ich werde das zur Anzeige bringen. Denn... Auch wenn Sie sich als Käfer identifizieren, ich identifiziere mich als Stein. Nein. Bruder, wohin? Oh, hä? Also die Hit-Geräusche, die ich bekomme, die existieren eigentlich? Was habe ich getan? Was war das für ein Viech, Alter? Geil, Alter. Nehmen wir alles. War nichts Besonderes. Ist doch perfekt. Also ich habe schon schlechtere Dinge gespielt, muss ich zugeben. Aber ist halt trotzdem kacke. So, was mache ich jetzt hier? Exit ist oben. Gibt es hier eine Knarre? Ne. Aber egal. Ist so ein bisschen so, als würden wir gleich einen Pornshop aufmachen. Und, äh... Also Porn-Chat, nicht Porn. Ne? Ich weiß, das wird gleich schon wieder in den Kommentaren stehen. Würde mich sehr freuen, übrigens, wenn ihr irgendwas schreibt. Bananenbrot oder so. Sieben. Äh... Acht. Sieben. Was ist das? Eine passende Schusswaffe kann hier erworben werden. Ja, sehr schön. Oh ja. Oh ja. Erwerben. Der Kauf war erfolgreich. Die Waffe wurde in öffentlichen Waffenkiste. Sehr geil. Und die Pistole haben wir ja schon. Aber so ein Scharfschützengewehr... Oh, das gönne ich mir. Bin ich ehrlich. Wie komme ich hier wieder raus? Also, verlassen. So. Äh... Inventar. Äh... Äh... Hallo? Was? Hey. Oh oh. Wir können die Aufgaben einreichen und diese erledigen und zum nächsten Tag übergehen. Wenn die Mission nicht abschließen kannst, kannst du die auch abbrechen und ein neues Spiel starten. Ach so. Waffenkoffer. Wie kannst du deine Waffen wechseln und aufrüsten? Mhm. Wechsel die Waffe und vergiss nicht, Kugeln den entsprechenden Typ zu kaufen, Alter. Okay. Scharfschützengewehr. Munition kaufen. Scharfschützengewehr. Ich bin blank. Aber wir brauchen das. Das ist wichtig. So. Hier können wir den Charakter verbessern. Wahrscheinlich haben wir jetzt kein Geld mehr zu. Das ist nicht schlimm. Denn meine Kristallkerne sind kernig. So. Aha. Ach, wir haben Kristall. Warte. Glück ist geil. Was zum Fick passiert hier? Und hier können wir dann lagern. Also die Spielidee ist gar nicht mal so kacke. Also wir kennen es natürlich, aber irgendwie Grafik... Äh, ja. Kann man machen. Ich würde das auch gern skippen hier. Kann ich aber nicht. Und jetzt voll haben wir alles hier rein, Digga. Weil wir haben ja auch nichts verkauft, ne? Wir machen mal alles hier rein und gehen in die nächste Runde, weil ich will noch ein bisschen was gucken. Ich habe die Quest nicht abgegeben. Scheiße. Lassen Sie mich hier raus, bitte. Es geht nicht. Ich komme nicht raus. Okay, verlassen anstatt geil. Die Quest nicht abgeschlossen. Oh, oh. Hallo? Hallo? Sir? Bis gleich. Ach so. Boah, ich bin so dumm manchmal, ne? Manchmal. Wieso denn so manchmal... So viel mehr so... Also... Ist voll dumm. Oh. Warte mal, und hier kann ich die verkaufen? Ah. Ich habe verstanden, Junge. So, das heißt, wir nehmen die vier billigsten. Den Rest verkaufen wir, weil scheiß der Hund da drauf, Alter. So, wir nehmen das kommt rein. Das kommt rein. Und das kommt rein. Und das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Und übermitteln eine Aufgaben. Mission erfüllt. Und jetzt haben wir 19.000. Ja, das heißt, wir könnten noch ein bisschen unseren... Was weiß ich. Aber machen wir nicht, weil wir gehen jetzt rein in einer sehr schwierigen Mission, wie es scheint. Labyrinth des Todes. Kurze Frage. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Aufstehen. Ja. 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 Okay. Labyrinth des Todes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, oder? Das ist schon exorbitant scheiße. Und ich weiß nicht, wo meine andere Waffe ist. Ich kann auch nichts machen. Er hält keine Artikel. Scheiße, irgendwas. Was ist jetzt los? Kann nicht mehr laufen. Sorry. Wo ist meine... Scheiße. Ich kann nichts. F1, 2, Q, R, T, U, VW, XYZ. Was habe ich jetzt getan? Nee, wir machen mal irgendwas. Nee, cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Ein Stapel Zeitungen. Stapel nicht zu hoch, mein Freund. Eine Vintage-Schreibmaschine. Die fällt auf den Windstand. Oh nein, ich muss nachladen. Oh nein. Ah, Messerattacke. Deutschattacke. Yeah. Deutschattacke. Deutschattacke. Ich habe keinen Bock mehr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst doch ein Like da. Like? Like? Oder sonstiges da? Ich würde mich sehr freuen. Tschüss. Jetzt panels für mich.